Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Chat-GPT für die Energiewirtschaft. Jetzt werdet ihr euch denken, der macht das auch echt jedes Thema. Will der jetzt auch noch auf den Trend aufspringen? Künstliche Intelligenz? Nee, tatsächlich hat es einen sinnvollen Hintergrund. Seit ungefähr einem Jahr halte ich immer mal wieder Schulungen zum Thema Chat-GPT oder eben so künstliche Intelligenz, vor allem generative Text-KI. Wir kommen gleich dazu. Für Anwendungszwecke der Energiewirtschaft, also von Stadtwerken oder Energieversorgern, Netzvertreibern und so weiter. Das mache ich für diverse Branchenverbände. Ich werde euch auch am Ende zeigen, wo ihr mich dort findet, bei meinem Partner der Campus-EW. Über die habe ich das jetzt schon für diverse Gruppierungen gemacht, also Stadtwerkeverbände, Branchenverbände. Auch für Stadtwerke direkt. Also wenn ihr auch sagt, euer Unternehmen bräuchte da mal eine Schulung oder sowieso eine, fragt bei der Campus an. Ich kann das machen. Auch noch eine andere Kollegin. Wir schulen zu Chat-GPT für die Energiewirtschaft. So, was ist der Hintergrund? Erstmal grundsätzlich, was ist das überhaupt? Chat-GPT ist ja ein Assistenzsystem für Texterstellung schlussendlich. Also dahinter steckt ein sogenanntes Large Language Model, LLM, ein großes Sprachmodell, was nichts anderes macht, als mal die Struktur von menschlicher Sprache verstanden zu haben. Das ist eine Software, die hat sehr viel gelesen und deswegen weiß sie, wie Menschen sprechen. Also wie Satzbildung funktioniert in allen möglichen Sprachen. Und deswegen kann es auf einen Satz, der irgendwie halbwegs sinnvoll formuliert ist, auch eine halbwegs sinnvoll formulierte Antwort schreiben. Das ist der Trick dahinter. Es hat sehr viel gelesen und weiß deswegen, wie menschliche Sprache funktioniert. Grob zusammengefasst. Und deswegen kann es natürlich auch hier einige Anwendungszwecke haben für Menschen, die irgendwas haben wollen in so Texterstellungen, Standardaufgaben zum Beispiel oder Inspirationen, so einen Anfang finden für irgendeine Aufgabe. Da ist Chat-GPT richtig, richtig gut. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich bin jetzt beim Stadtwerk und ich will einen neuen Stromtarif einführen. Meine Projektgruppe will das jetzt weiter planen. Da sage ich halt hier so unten in diesem Chat-Eingabe-Fenster, was muss ich machen, um ein Projekt zur Einführung eines neuen, Achtung, Ökostromtarifs bei einem Stadtwerk, mein Projekt zu planen. Und warum kann der jetzt darauf antworten? Der hat auch Bücher, Fachbücher zur Projektplanung, Projektmanagement gelesen. Der weiß, was Ökostrom ist, was Stadtwerke sind und so weiter. Also nicht nur, dass das System irgendwelche Webseiten und Wikis gelesen hat, sondern natürlich auch Fachbücher, Sachbücher und Co., die eben über die Jahre hinweg hier eingespeist worden sind. Es gibt dazu nochmal wichtige Unterscheidungen zwischen der kostenfreien Variante Chat-GPT 3.5 und der kostenpflichtigen Variante Chat-GPT 4, die ich jetzt hier gerade nutze. Wenn ihr da drin seid, könnt ihr übrigens jederzeit auch hier oben switchen. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade bei der Bezahlvariante, wo man einerseits eine etwas langsamere Schreibperformance hat. Das seht ihr hier gerade, das dauert so ein kleines bisschen, wie das geschrieben ist, weil diese höhere Rechenkraft für diese bessere Variante einfach so ein bisschen Server-Kapazität, Prozessor-Kapazität und so weiter braucht. Deswegen ist das hier gerade so ein bisschen langsam, nicht wundern, auch weil ich bestimmt 500 Browser-Fensterkarten noch aufhabe. Ich mache ja auch noch ein Consulting nebenbei. Also eigentlich sogar hauptsächlich. Da muss ich hier gerade noch ein bisschen was offen haben, nicht wundern. Dann ist es aber auch so, dass ihr bei der Bezahlvariante, wie ihr vielleicht sehen könnt, nur 40 Nachrichten pro alle drei Stunden nutzen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade so Stück am Stück euch hier Antworten geben lasst oder auch mal Bilder erzeugen lasst, so kommen wir auch gleich noch, dann kann es gut sein, dass so irgendwann gesagt wird, du hast deine Kapazität jetzt erreicht, du kannst erst in anderthalb Stunden weitermachen, wenn diese drei Stunden praktisch dann wieder von vorne beginnen. So, aber es ist jetzt mittlerweile auch durch. Und ich habe ja nun gefragt, wie es ist mit der Projektplanung für die Einführung eines neuen Ökostromtarifs. Und dann hat er eben angefangen, hier Marktforschung, da musst du das und das machen, Zielgruppenanalyse, Wettbewerbsanalyse, regulatorische Anforderungen, weil eben Energiewirtschaft, das ist sogar ganz sinnvoll, Zertifizierung, Standards für Ökostrom, Tarifgestaltung, IT- und Prozessintegration, Marketingvertrieb, Kundenbetreuung, Service-Monitoring, Evaluation mit KPIs, Projektmanagement, also durchaus eine sinnvolle Auflistung, die hier auch einen Wert hat. Und damit könnte man jetzt eben zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine grobe Struktur für meine Projektplanung, die ich mir jetzt einfach rauskopieren kann. Also man kann hier unten einfach auf das Clipboard gehen, da wird es kopiert, oder man kann auch sich einfach ein bisschen Teil davon nehmen und einfach copy-pasten in das eigene Projektplanungstool oder wie auch immer. Und dann sagt man eben, na gut, das ist jetzt schon gut, ich möchte natürlich noch weitermachen. Ja, zum Beispiel, wenn man dann ein Meeting hat und man hat sich Notizen gemacht, egal wo, man hat die sich meinetwegen nur schnell im Texteditor so abgetippt, da kann man zum Beispiel auch sagen, JGBT, ich kopiere dir jetzt diese Notizen rein, schreibe daraus einen Bericht oder andersherum fasse einen langen Text zusammen in wenige Anstriche. Solche Geschichten kann es wunderbar, weil es eben weiß, wie Texte funktionieren. Und dann geht es mir ja immer noch darum, Ökostrom hier zu machen. Dann kann man als nächstes zum Beispiel sagen, alles klar, schreibe mir fünf Facebook-Posts zur Einführung dieses Ökostrom-Tarifs. Ich habe jetzt geschrieben dieses Ökostrom-Tarifs, weil ich im gleichen Chat noch bin. Also auch da, für die, die es schon mal genutzt haben, wenn ihr euch im selben Chat noch befindet, ist die Historie in diesem Gespräch immer noch präsent. Ihr könntet also immer noch mal auf das beziehen, was vorher schon mal geschrieben wurde. Und ansonsten, wenn man ein neues Thema oder das gleiche Thema noch mal neu angehen will, dann müsste man einen neuen Chat aufmachen, was ihr hier links an der Seite auch jeder Seite dann tun könnt. Und jetzt schreibt ihr mir hier eben gerade diesen Post. Na, so ist ein Emojis dabei, große Neuigkeiten. Und dann, wir freuen uns, unseren neuen Ökostrom-Tarif vorzustellen, sauber, grün und zuverlässig. Ab heute kannst du 200% erneuerbare Energien beziehen, bla bla bla. Ja, sogar hier Hashtag, Hashtag, Hashtag. Also, das ist durchaus gut, weil natürlich auch hier das System viele verschiedene Facebook-Ankündigungen von irgendwas gelesen hat und deswegen weiß, wie man das macht. Also, für solche Geschichten ist ChatGPT echt supergut nutzbar. Und was ich eben in meinen Schulungen oder Workshops mache, ist genau das durchzuspielen mit den TeilnehmerInnen. Wenn die eben sagen, wir haben ein Thema für uns, wir machen jetzt Energieberatung oder wir machen jetzt Wärmepumpen, gerade das große Thema, dann kann man das eben ganz explizit hier mal durchspielen und sagen, alles klar, ChatGPT, schreibt mir mal hier ein paar Inhalte dazu. So, einmal nochmal ganz wichtig, das ist jetzt gerade die Bezahlvariante. Die braucht ein bisschen Prozessorlast und ich habe ein paar Parouser-Fans auf, deswegen dauert das hier gerade einen kleinen Moment, ehe das alles geschrieben wurde. Aber ihr habt jetzt hier, mittlerweile jetzt auch, nach einer Minute, fünf ordentliche Posts, mit denen man es abwenden könnte. Man sucht sich halt den aus, der gerade am besten passt und würde den nochmal umformulieren. Hier ist sogar ein Zitat mit drin von der Kundin Julia M., die es angeblich gibt. Das ist super, super interessant, wie passend diese Inhalte sind. Also wenn es darum geht, solche Standardgerüste für Planungen zu machen oder für Meetings zu machen oder für, keine Ahnung, Weihnachtsfeier-Einladungsbrief für die Mitarbeiter. Was man da rausbekommt, ist richtig gut, weil natürlich viele echte Beispiele gelesen worden sind. Und deswegen kann ich damit arbeiten und das eben gut zurückliefern, genauso wie hier solche Social-Media-Posts. Und dann sage ich eben noch als weiteres Beispiel dazu, erstelle mir ein interessantes Bild für diesen Ökostrom-Tarif. So, dann macht er das. Weil ich jetzt diese Bezahlvariante habe, da ist nämlich Dorly mit integriert, Dorly 3. Das ist eine richtig gute Bilderstellung durch künstliche Intelligenz. Das Bild ist dann also auch frei erstellt, frei von Rechten. Heißt, es hat kein Mensch erstellt, sondern die KI hat das erstellt. Und deswegen ist auch kein Urheberrecht, keine Lizenz dahinter, sondern es ist dann Public Domain. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann das kommerziell verwenden. Alle Inhalte kann ich auch hier kommerziell verwenden. Und deswegen ist das ein cooles Assistenzsystem, was man hier im Alltag eben nutzen kann. So, und jetzt hat er mir hier was erstellt. Und ja, also keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht viel dazu gesagt. Ich habe nur gesagt, ich erstelle mir ein interessantes Bild für diesen Ökostrom-Tarif mit der Historie davor. Ich habe ja nichts weiter gesagt, was ich draufhaben will. Und dann hat er mir jetzt hier eben, naja, Menschen, die fast schon religiös angetan sind von diesem Display über unseren tollen neuen Tarif. Ganz viele Glühbirnen, die hier irgendwo herumhängen. PV-Anlagen. Das andere Bild ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber natürlich ein bisschen kurios. Ich habe aber auch nichts weiter dazu gesagt. Das müssen wir uns bedenken. Ich habe hier nichts Konkretes ausgefunden. Wenn ich jetzt ein richtig gut passendes Bild haben will für meine Vorstellung, dann muss ich schon drei, vier Sätze aneinander rein, um genau zu beschreiben, was auf dem Bild sein soll. Und dann macht es das auch. Also, deswegen bin ich auch mega begeistert von diesen Tools. Wichtig dabei, nicht nur ChatGPT. Es gibt auch Alternativen. Dazu kommen wir vielleicht auch gleich nochmal kurz. Erstmal, die 4 und die 3.5. Die 3.5 ist also die kostenfreie Variante. Die 3.5 kann nicht diese Bildergenerierung machen. Aber die kann die Textgenerierung machen. Die ist dabei aber nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie die 4. Die 4 ist besser. Bessere Texte, bessere Quellenarbeit. Und die 4 kann auch auf das Internet zugreifen. Da kannst du auch sagen, hey, nimm ein paar Infos von BDW.de, vom Branchenverband, und mach damit irgendwas. Das kann es. Die 3.5 kann das nicht. Wenn ich dir jetzt sage, was steht auf BDW.de, dann sagt die, ihr kann nicht aufs Internet zugreifen. Das ist der große Unterschied. Wenn ich jetzt aber nur solche Textgenerierung haben will, also ich will nicht Bilder, ich will nicht Internet, sondern einfach nur, schreib mir irgendwas auf, dann ist hier die 3.5 auch ausreichend. Im Großen und Ganzen. Und das ist ja die kostenfreie Variante. Mit der könnt ihr also auch ohne weitere Investitionen arbeiten. Die 4, da müsst ihr über Kreditkarte 20 Euro im Monat bezahlen. Das ist nicht wenig, aber gleichzeitig für eine professionelle Nutzung auch gar nicht mal viel. Also für mich war das keine Überlegung. Ihr habt das dann auf jeden Fall sofort gebucht, weil ich damit eine ganze Menge anfangen kann. In der 3.5, wie gesagt, kann ich auch vieles machen, was einfach die pure Textgenerierung angeht. Schreibt mir fünf Kapitel für ein Buch über Energiewende und Digitalisierung. Und dann macht er das. Wie gesagt, ich habe gerade noch diverse andere Browserfenster auf. Das hätte ich vielleicht vorher anders machen sollen, deswegen dauert das einen kleinen Moment. Aber es schreibt schneller als die Bezahlvariante, weil hier deutlich weniger Fähigkeit dahinter steckt. Es ist auch deutlich weniger Serverbelastung. Deswegen geht das eigentlich relativ schnell. Ich habe nur gerade tatsächlich auf meinem kleinen Rechner zu viele Fenster auf. Und das tut mir jetzt leid. Müsst ihr durch. Aber ihr seht, der schreibt mir jetzt hier Kapitel auf. Überschriften und kurze Einführungen. Und dann kann ich auch sagen, hey, schreibt mir dieses erste Kapitel mal komplett auf. Mit 1.000 Wörtern. Ich kann auch sagen, schreibt mir 10.000 Wörter. Und dann macht er das einfach. Und das ist natürlich dann so eine Geschichte, dass jemand, der jetzt einfach nur irgendwelche Blödsinnbücher veröffentlichen will, der kann das über Chat-GPT natürlich machen lassen. Komplett. Hat einfach nur ein bisschen was zusammenkopiert. Und dann ist es hier fein rausgekommen. Dann mit der Bezahlvariante auch noch ein paar Illustrationen dazu. Schön, schön, schön. Und ihr seht auch hier jetzt in der Überschrift allein, Energie und Digitalisierung, Konvergenz. Ich könnte jetzt sagen, ich schreibe es nochmal mit dem Zielpublikum, junge Erwachsene oder so Teenager. Dann würde der auch eine andere Wortwahl verwenden. Solche Geschichten gibt es hier natürlich. Das ist richtig cool. Digitale Lösungen, Smart Crits, Energie-Avizienz. Also hier hat er wirklich, der hat ein bisschen was davon verstanden. Der hat irgendwelche Quellentexte, also auch irgendwann mal gelesen. Blockchain und Herausforderungen und Zukunftsausblick ist eigentlich auch eine sinnvolle Struktur. Also vom Aufbau her. So chronologisch kann man so arbeiten in einer Kapitel-Auflistung. Also da kann ich mir empfehlen, mit diesem System zu arbeiten und sich das genauer anzuschauen. Zur Vollständigkeit. Ich glaube, ich habe es noch als Bart abgespeichert. Mittlerweile heißt es aber Gemini. Google hat natürlich auch eine Variante selbst rausgebracht. Nicht wundern, ich heiße hier Energiewirtschaft einfach, weil das mein YouTube-Account ja ist. Deswegen werde ich hier angesprochen als Hallo Energiewirtschaft. Hier ist genau dasselbe vorstellbar, nur dass hier natürlich auch die Google-Suche direkt mit dran ist. Da geht es auch weiter, dass demnächst auch hier Bildergenerierung und sowas mit direkt integriert ist. Aber da muss man so ein bisschen einfach abwarten. ChatGPT erweitert sich ja ständig. Da ist jetzt auch die Videogenerierung mit dabei. Aber noch nicht freigestellt für Nutzer, sondern erst für eine kleine Testgruppe. Das ist auch richtig gut. Und die Google-Variante Gemini, da geht es sich auch ständig weiter. Auch diverse andere Varianten. Cloud zum Beispiel ist das dritte große System. Da ist auch viel Entwicklung zu sehen. Kann man auch genauso nutzen. Und Gemini als solches in dieser Variante ist auch erstmal kostenfrei. Genauso wie die GBT3-Variante. Wer aber so in der Google-Welt ist, kann das auch direkt nutzen. Und als letztes, dazu bin ich mir aber nicht sicher, ob ich hier überhaupt eingeloggt bin. Adobe Firefly. Kann sein, dass ich hier nicht eingeloggt bin über diesen... Ja genau, ich bin nicht eingeloggt. Aber auf meinem anderen Rechner habe ich ja eine Adobe Creative Cloud Lizenz, weil ich ja Photoshop und Premiere und so weiter nutze. Also diverse Tools von Adobe. Und dann hat man auch einen Zugriff auf Firefly. Da kann man alles auf dieser Webseite hier Bilder generieren lassen. Also für wen eher die Bildergenerierung ein Thema ist. Für den kann eventuell Firefly, wenn er sowieso Photoshop und so weiter nutzt, das Thema schlechthin sein. Weil dann hat er das eh schon. Und kann hier eben auch Dinge eintragen und sich dann Bilder erstellen lassen. Und kann über diesen Weg hier auch mit Photoshop arbeiten. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, dass ich in Photoshop plötzlich erstelle einen neuen Hintergrund hinter dieser Auswahl, die ich markiert habe. Und dann ist da plötzlich ein ausgedachter Hintergrund. Das ist Firefly. Man kann hier einerseits also neue Bilder erstellen lassen. Man kann aber auch in Photoshop und Co. krasse Effekte einfach durch künstliche Intelligenz entstehen lassen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Und damit kann man natürlich auch viel Spannendes machen. Also sowohl im Kontext, mach ein bisschen Textunterstützung, mach mir ein bisschen Projektplanung, Organisationsplanung, kann der einem gut helfen. Als auch dann nachher bei meinetwegen Produkteinführung. Und dann eben auch bei dieser Bildergenerierung sind da sehr, sehr interessante Geschichten dabei. Und wenn ihr das mal wollt für euer Stadtwerk oder für euren Brancheverband, fragt mal bei der Campus EW an. Der Kontakt ist dann auch hier irgendwo weiter unten mit dabei. Hier unten, ne, Kontakt. Und sagt halt, ihr möchtet gerne eine Chat-JPT-Schulung eventuell von diesem sympathischen jungen Mann hier. Und dann können wir das bestimmt auch organisieren. Und dann werden wir ein paar Stunden lang drüber sprechen, was man da alles Tolles machen kann. Und ihr kriegt einen Foliensatz mit den diversen Links zur weiterführenden Bearbeitung. Okidoki. Also, ich kann euch empfehlen, mit solchen Systemen zu arbeiten, weil einem das durchaus den Alltag erleichtert. Insbesondere, wenn man manchmal so vor irgendwelchen Texten oder vor der Aufgabe steht, einen Text zu schreiben. Egal was. Auch ein Brief an irgendeinen Marktpartner oder an den Kunden. Oder jetzt eben, wie gesagt, ein Einladungsbrief für eine Veranstaltung. Und man denkt sich so, oh, was soll ich denn jetzt schreiben? Oh, so riechen wir eine alte Vorlage raus. Man kann auch einfach sagen, hey, JLGBT, schreib mir mal Brief so und so. Und dann kommt das da raus. Einzige Sache noch als letztes. Alles, was man da reinschreibt, kann prinzipiell von dem System zur eigenen Verbesserung auch genutzt werden. Grundsätzlich. Man kann so ein paar Sachen auch ausstellen. Aber seid euch bewusst, dass das ein Fremdsystem ist, was in der Fremde gehostet wird. Und was ja sich dadurch verbessert, dass die diversen Eingaben und Ausgaben auch bewertet werden und interpretiert werden. Also würde ich schon davon ausgehen, in einer heutigen Welt, dass alles, was ich da reinschreibe, auch prinzipiell als öffentlich betrachtet werden muss. Das heißt, Unternehmensinterna pseudonymisiere ich vorher oder anonymisiere ich vorher. Ja, und dann schreibe ich eben nicht von meinem Stadtwerk Musterstadt, sondern schreibe ich von einem Stadtwerk. So und so weiter. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann ist es auch problemlos zu nutzen. Aber eben die Integration in den Alltag, das ist schon so ein Thema. Wenn euer Haus sowieso Microsoft 365 nutzt, dann kann es gut sein, dass ihr diesen Co-Pilot, der auf JLGBT auch schlussendlich basierend, in euer Office komplett integriert bekommt. Das ist aber ein Bezahlabonnement. Also kann gut sein, dass es nicht bei allen gemacht wird oder eben nur, vielleicht auch gar nicht, oder eben sich mit der Zeit das weiterentwickelt. Aber im Moment muss man schon ein paar Euros noch extra drauf bezahlen, damit man diesen Co-Pilot integriert bekommt. Und dann kann man direkt in Word oder in PowerPoint die KI für einen arbeiten lassen. Wer das aber nicht bezahlen will oder kann oder es einfach komplizierendmäßig nicht geht, man kann auch einfach bei JLGBT sich im Browser einloggen, da was erstellen lassen und das dann rauskopieren. Geht genauso gut. Genau. Okay. Soweit erstmal dazu. Grundlegend ist eine super coole Entwicklung, in der wir jetzt gerade stecken. Und wie gesagt, wenn ihr eine Schulung habt, könnt ihr da bei Campus nachfragen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Und einfach einen Termin ausmachen. Dann können wir da mal ein paar Stündchen drüber sprechen, was dann cool ist mit JLGBT und Co. als Stadtwerker, Energieversorger und Netzbetreiber und so weiter. Anstellen kann. Aber geht auch okay. Habt ihr allgemein Fragen, Anmerkungen und Co dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit auch die nächsten Videos nicht verpasst. Vielleicht werde ich in Zukunft hier auch Videos mit einer KI-Generierung machen. Da seht ihr mich gar nicht mehr wirklich, sondern ein KI-Kopf von mir, der da irgendwelche Texte reinspricht. Mal schauen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. Danke. Danke.